Hallo Leute, alles klar bei euch, ich hoffe ja schon, Entschuldigung wegen gestern und vorgestern, da bin ich nicht dazu gekommen zu einem Video machen, aber heute habe ich gedacht, ich bin bei meinem schönen Detervierer mal zu Hause und ich mache mir mal ein wunderschönes Tattoo in der Ruhe und alles, ich habe gedacht, ja, machen wir mal. Ihr seid mir aber nicht böse wegen gestern und vorgestern, das glaube ich nicht, das kann ich jedem mal eine Pause machen und vielleicht mache ich noch eine Pause, aber wenn ich mache jetzt eine Pause, werde ich es nächstes Mal ankündigen. So Leute, jetzt zeige ich euch mal meine wunderschöne Tattoo, es kommt ja. Passen? Ja. Kannst du Licht einschalten? Vielleicht sieht man besser. Nicht so ein starkes Licht, egal. Nein, nein, ich habe es ausgeschaltet. Ah, ja, ja. Ich habe den Fernseher ausgeschaltet, dass er im Hintergrund ruhig ist für euch, Leute, das wissen ihr ja. Ich habe den Fernseher ausgeschaltet, dass er im Hintergrund ruhig ist für euch, Leute, das wissen ihr ja. Ich habe den Fernseher ausgeschaltet, dass er so ein bisschen was. Ich habe den Fernseher ausgeschaltet, dass er im Hintergrund ruhig ist. ein bisschen müde, Leute. Gestern war jetzt eine lange Nacht geworden. Aber ja. Zu Hause werde ich mir auch mal so ein Tattoo probieren. Das war's. Vielen Dank. Tut mir leid, das ist nicht so ein starkes Licht, aber es sieht man schon. Es kitzelt Leute, aber johle. Es kitzelt Leute. Es kitzelt Leute. Jetzt kommt der spannende Moment. Eine wunderschöne Frau als Tattoo Leute. Ihr seht ja. Und ja Leute, wenn euch das gefällt, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert mich bitte. Und mein Tätowierer ist ab nächster Woche wieder in Bregenz. Genau. Und er wird euch auch tätowieren, wenn ihr wollt. Ja Leute. Bis bald. Peace. 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 Peace.